Hermann Ebeling war ein deutscher Theaterschauspieler und Synchronsprecher. Leben Hermann Ebeling besuchte nach seinem Abitur die Düsseldorfer Schauspielschule unter Gustav Gründgens. Es folgten Theater-Engagements eben dort sowie langjährig am Schiller Theater in Berlin. Neben seiner Bühnentätigkeit war Hermann Ebeling ein viel beschäftigter Synchronsprecher und lieh seine Stimme prominenten Schauspielkollegen wie Juhl, Brinna, Denholm Elliot, Paul Freeman, Christopher Lloyd, Martin Landau, Ian Holm, Malcolm McDowell, Donald Sutherland und George Peppert. Einem jüngeren Publikum dürfte er vor allem als Sprecher des Dagobert Duck in der Serie DuckTales sowie als erfinderischer Professor, Nox in Rolf Kaukaz, Fix und Foxy vertraut sein. Darüber hinaus war er ein viel beschäftigter Hörspielsprecher sowie Hörspielautor mit Vorliebe für SF-Geschichten. Im Fernsehen war der renommierte Bühnendarsteller Ebeling ein seltener Gast. Er spielte Patz in den Fernsehserien Direktion City und Der Prinz muss her. Einigen Filmen sowie in zahlreichen Folgen der Reihe Damals kein Denkmal. In dieser Ende der 70er Jahre produzierten Serie des Schulfernsehen versuchte der Politologe Thomas L. Wein ein differenziertes Bild von historischen Personen mittels fiktiver Streitgespräche zwischen deren Zeitgenossen zu entwickeln. Neben der Darstellung betätigte sich Ebeling seit der Ende der 1960er Jahre auch als Hörspielautor. Die über 30 zumeist im Fantastik-Bereich angesiedelten Stücke wurden durch den Süddeutschen Rundfunk realisiert. Der passionierte Segler Ebeling, der Inhaber eines Kapitäns Patentswart, starb überraschend während der Arbeit Zoffix und Foxy-Hörspielserie am 5. März 2000 im Alter von 71 Jahren. Filmografie, 1963 Die Mondvögel, 1973 Die Wehrwölfe, 1976 Direktion City, 1979 Damals kein Denkmal, 1986 Der Prinz muss her. 1986 Das Geheimnis von Lismore Castle Autor von SF Hörspielen 1970 Von solchem Stoff aus dem die Träume sind 1976 Ein Experiment des Dr. E. Über die Bewohnbarkeit der Hölle 1979 Babel 1929 Die Abenteuer des Traumdetektivs 1980 Das große Tierparadies des Jonathan Smith 1981 An der Eisgrenze 1984 Day See Day 1985 Edith Große Schwester 1986 Ein Fall für Weltraumdetektiv Q. Kuhlmann Die Letzten von Glumdal Klitsch 1987 Ein Fall für Weltraumdetektiv Q. Kuhlmann Die Zukunftsfalle 1988 Im Zeichen des Maulwurfs 1989 Traum Lebenstraum oder die zweite Wirklichkeit des Dr. Warstein 1991 Die Tränen der Sphinx 1993 Traumgeschäfte